Hallo, Küchenhelden unterwegs. Zum Thema wussten Sie schon, ich habe heute einen sehr, sehr, sehr jungen Spezialisten zum Thema Küchenhelden im Einsatz, die Linea. Linea, was willst du uns denn zeigen? Wenn man bei einer Waschmaschine ganz einfach das Flusensieb sauber machen kann. Flusensieb? Was ist, wenn ich zum Beispiel auch Geld in der Hosentasche hatte? Kriegst du das auch aus dieser Waschmaschine wieder raus? Ja, das geht ganz einfach. Das geht ganz einfach. Zeigst du mir das machen? Wie steckt denn da alles so drin? Das hast du jetzt da alles rausgeholt aus der Waschmaschine? Ja. Das ist ja fantastisch. So kann Mama weiter waschen, würde ich sagen. Ja.